hey leute herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute leider bisschen spät bisschen zu spät tut mir leid deswegen frohe weihnachten an alle ja fangen wir direkt an hier haben wir putze ich hin trauen 200 die box den gibt es glaube in zwei varianten hier haben wir weihnachtstrupper die box dazu gibt es den backpacks fiese socken hier haben wir frühgezweig hier haben wir noch ein dritteres hohoho das hat haben wir drei box hier haben wir auch fröhliche verfechterinnen 800 die box festliche verfechterinnen 800 die box pyjama patrulli äh patrouille hier gibt es noch eine vierte hier schlafanzug schlafanzug schlechteren hier haben wir schnee kugelkopf dazu gibt es baum schnuck kugel polarer tonsernat die box dazu gibt es den backpacks schlafanzug und das ist ein schlafanzug es ist hier haben wir ein die geschehen die box das auch eine zahnung traditionsbrecher 200 die box Und hier haben wir, wäre doch nicht nötig gewesen, 500 T-Bucks. Und hier ist Dower Shop. Wir öffnen doch direkt, wenn Geschenk es ist, dann habe ich meinen nämlich nicht geöffnet. Öffnen wir mal. Auf dieser Seite, den silbernen. Kann auch öffnen. Soll man den Weihnachtsbaum auch... Nur einen Baum. Oder soll ich den öffnen? Keine Ahnung, ich kann eigentlich entscheiden. Komm. Ich öffne den. Den Skin, den Weihnachtsbaum-Skin. Und den Backpack. Dann weiß ich jetzt, wo der Weihnachtsgänger war. Und hier. So, das war's mit dem Shop-Video. Ciao, Leute. Haut rein.